Kuriose Fakten. Zu strenge Erziehung kann wohl Depression begünstigen und das Depressionsrisiko kann dann sogar vererbt werden. Er wird Handy frei erzogen, Fernseh frei erzogen, Süßigkeiten frei erzogen. Und vielleicht auch noch depressiv gemacht. Glückwunsch. Die Blue Java Banane ist wirklich eine blaue Banane und trägt den Spitznamen Ice Cream Banane, weil sie ziemlich cremig sein soll und wohl auch wirklich leicht nach Vanille-Eis schmeckt. Muss ich probieren.